Ja, weil du ja schon dran bist. Herzlich willkommen zu heute. Wie viele Folge? Sechs, sieben? Sieben, glaube ich. Siebte ist das. Und Lely, du kannst reinkommen. Wie gesagt, werde ich heute das grandiose Ziel erreichen, Leute. Turnpoint 6. Ich bin da und lege genau jetzt den Hebel oben. Ich habe den Hebel umgelegt, bin hiermit also folgender hab Turnpoint erreicht. Dann nochmal schnell Namen eintragen und weiterlaufen. Laufen? Nee, fliegen. Björn, willst du gucken, wie ich ins Ziel fliege? Oder nee, brauchst du ihn nicht, oder? Du, das guck ich mir gerne. Das finde ich. Wo stehe ich? Ich stehe da. Okay, Leute, seid ihr bereit? Warte. Leute sind noch nicht bereit, weil ich noch nicht bereit bin. Okay, ich fliege. Nein. Doch, du kannst gucken. Komm, ich komme angeflogen. Ich sehe es da, Leute. Es ist es. Guck. Ich bin sogar drüber geflogen. Genius. Ziel. Finish. Warum wird mir's hier angezeigt? Weil ich das so eingestellt habe. Kann man sich hier seinen Spawnpoint... Okay. Louis, äh, hast du den Text gesehen? Weiter. Was? Mein Text. Spawnpoint, Lily, bist du fünf? Nein, vier. Achso, vier. Oh, genius. Pierny. Tach. Louis, hast du den Text gesehen? Ja, hab ich. Ich hab dir Fackeln gemacht. Du hast mir Fackeln gemacht? Oh, danke. Ey, wenn Lily im Ziel ist, sag mir Bescheid, ne? Ja, ja. Ja, ja. Jo, komm bitte auf direktem Wege. Worum hab ich, hä? Warum hab ich ne zusätzliche Spektat? Du kannst ja Lily spektaten. Unsichtbarkeitstag nehmen. Nein, nur festig. Absolute genius. Gege. So, Pern, hast du dich ausgelockt? Mhm. Achso, okay, gut, ja. Erste Plätze, zweite Plätze und dritte Plätze. Okay. Dann, wie gesagt, das zählt alles für den Timer. Also, ich tu einen Timer-Stern und wer es in welcher Time geschafft hat. Das heißt, ich sniege mich hierhin. Und, nee, warte, ich tu... Wisst ihr, was ich mache? Ich craft mir eine Kiste und tu da meine weiteren Items schnell rein. Und... Denk ich dann... Dann hab ich das... Hab ich noch Holz zufälligerweise bei mir. Es wird doch grad wieder Tag. Holzjohr hab ich noch. 950 muss ich. 950, oh, das ist richtig. So, das heißt, ich klang mir schnell das Holz von Kürn. Hey. Nein, du hast da noch. Ah, alles gut, glaube ich. So, dann... Satten sind zum Klauen da. Eine Giste. My Lifestyle. Satten sind zum Klauen da, Junge. Und da kommt der Rest rein. Der Rest... Ich hatte sogar tatsächlich eine Karotte und vier Schüsseln, die ich mir außer Sinn gecraftet habe. Das nennt man natürlich... Hä? Okay. Hä? Oh, ich bin eine dumme Nuss. Ähm, ja gut. Ich dachte grad, ein Kiss. Shit, sei mal leise, Alter. Kripper. Kripper? Die sind doch ganz lieb. Ja, eigentlich schon. Achso. Das ist eigentlich getont. Ähm, stimmt. Das ist Bertha drei... Vier, glaube ich, ist bei mir. Bertha. Bertha. Lilli und ihre Kühe. Bertha. Finschku hieß Gisela. Gisela. So, I'm finished mit... Keiner. Wie viele Herzen hatte ich noch zum Schluss? Eins, zwei, drei, vier, fünf... Fünfeinhalb Herzen hatte ich. Nee, fünfeinhalb Herzen hat sich hier gefliegen. Das muss man schaffen. Noch ein Creeper. So, warte, ich wollte mir eine Karte nehmen, glaube ich. Leute, ich bin echt trantiert. So. Das ist Karte von Turnpoint 6. Jetzt sind plötzlich zwei weiße Leute drauf. Okay, Lilli ist noch nicht in Reiche. Oh. Ich bin beim Dschungel. So, Turnpoint 5. Oh, krass. Lilli, was, du bist jetzt erst beim Dschungel? Ja. Wäre cool, wenn du ins Ziel kommen würdest. Okay.